muss aber darauf kommt wird das von der steuerung er ist kacke wenn wir das auch so benutzen die scheiße fährt wieder runter das ist eklig mit der maus vergessen wir haben wir mal nicht ein das kann man so nicht aber genau das heißt kann man sich draus Möller zu hoch wie vorher schon richtig hinstellen mich hätte vorstellen und hier 4 erst ernsthaft 2 der Spitze über den Fall bin ja Ah, klasse. Ah, das ist doch kacke. Wir können so schon ein bisschen vorziehen. Hey, hallo, hey, hallo, hey, hallo, hey, hallo, hey, hallo, hey, hallo, hey, hallo. Wir sind endlich davon. Na, wo soll ich denn hin mit dem Bödenleiter? Ja, genau. Soll ich irgendwann mit dem Bödenleiter ach, verdammt. Na gut. Was? Luna. Ja, der wäre ein schönes Versteck gewesen, meins. Und, meins, meins, meins und meins. Das Ganze für, wie viel? Von 3,4,5 Münzen? Boah. Das ist schon Haupt. Na gut, wir wollten das Tonikum wechseln, eigentlich schon nicht so ein Blödsinn hier veranstalten. Na, hallo, die Bödenleiterin. Bis zum nächsten Mal. Was sind wir? Ja. Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? näher sind praktisch die GmbH Papel schießen wollen wir nicht sagen wir haben übernommen ein so sind wir wieder zum Heli Seid ihr bereit zur Transformation? Wo? So. Mal gucken, wo das war. Attacke! So. Kannst du da was nehmen? Und plops. So. Was ist da drin? Da ist ein Wunsch. So. 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 Stehe es gerade nicht. Wird es wieder aufzudrehen? Auch. auch alle wieder wir gehen erstmal hier rein dann überlegen wir uns hier noch was vielleicht müssen wir hier auch ich wüsste nicht was sonst ich wüsste nicht was tun warum leuchten die Räuble außer dass sie uns wahrscheinlich weh tun wollte ich gerade sagen ja die Muskeln saßen ja gut aber jetzt gibt man eine Feder ich habe einen Landschopf gerade gesehen ich kann noch mitnehmen die nehmen wir auch noch mit hier auch und dann haben wir dich noch und was ist hier los Idioten Party Hallo Idioten Party hier für euch für das aber alle besiegen ja ja damit 300 Fehler Kass und Kaffee über 1000 gibt es das weiß ich schon für die Fähigkeiten ja 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 so ja übrigens immer noch sehr gut dass es laufende Kappenspiele sind ja ja das scheint kein Ende zu nehmen na gut so was gibt es in Höhen da gibt es ein paar oh ist es der der abhaut ja ist er aber es stört uns nicht wirklich hm weiter mehr gibt es hier nicht oder kommt dann noch darüber rüber was ist denn da für ein scheiß ach ich bin doch doof ich bin so doof ja ja ok das wäre vielleicht die einfachere Methode ja weil das schaffen wir doch nicht geflogen darüber oder das heißt wir das schon wieder verkehrt um machen hier ja 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 wir machen das schon wieder verkehrt um 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 für um 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 land um 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 über ja gratuliere ihr habt euch für das rentabelste spiel im gesamten Casino entschieden es wird euch garantiert aus mehreren reich machen innerhalb von 3000 spielen ja das klingt gar nicht als hätte ich per e-mail gekriegt mit nur bezeichnung beim davor ich würde sagen das ist voll vertrauenswürdig um 3000 mal spielen muss man muss bestimmt bloß fünf euro pro spiel einzahlen und ab dem dreitausend zu spielen rentiert sich das ganze ich schwöre ich habe dazu die typen wieder gemacht ich habe zu einer seite gemacht und ich teile mein geheimnis mit euch weil ja ich gerne Geld verschenken oder so ich weiß nicht das hört sich nach ordentlichen Chancen an wie funktioniert das zum spiel ihr müsst einfach und fahren und schon habt ihr gewonnen das ist der Hälfte man sieht es aus ja macho Prozent ganz kurze Pause Prozent immer ganz schnell die Waschmaschine anbauen und wir sehen uns in ein paar minuten ich habe kein paar minuten wir sind es ein paar minuten wieder ganz kurzer pinke Pause waschmaschinen bau so ihr wisst bescheid bis gleich da sind wir auch schon drei mal angefangen mit reden und jedes mal war irgendwo anders so tun oder mikrofon aus okay um ja okay frucht was frucht visage wieso frucht visage der frucht im gesicht super ich zeige euch die kacheln und decke sie auf ihr müsst innerhalb des zeitlimits power aufdecken um nur einen bereich zu gewinnen ich hoffe es ist eine minze nur verstanden dann geht's los okay so groß was war das alles mit äh äh ich meine wie konnte das passieren ich war mir so sicher dass ich dass ihr gewinnen wird äh 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 läuft der schon wieder von alleine ach der läuft schon wieder von alleine mua äh auf äh ein äh 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 Das war's für heute. 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 Mütter irgendwo gab es noch mehr so was man noch ein paar Stellen nur wo es kaputt machen mussten hinten vielleicht das holen wir müssen wahrscheinlich erst das level erweitern und noch so ein und darum fliegen Mütter und mehr so einstellen meisten was gibt es denn eigentlich ist hier da war man schon drinnen Pätschüs Pätschüsse Pätschüsse Mio war auch für den ganzen Koppel Miet die ganze Zeit Mieter was gefunden Mieter mit einem normalen Weg hoch wenn ich wieder lauter Sachen machen die uns nichts bringen ich sage ich habe weiter mit das Leben wenn wir sehen müssen was bringt und was nicht großen Haus und die Würfel gucken mal ganz kurz da könnte was dahinter sein aber halt nicht sein sollten man kommt nicht dahinter die müsste doch auch der Ausgang um nicht in 1 Hubschrauber das Level verlassen ich bin ja jetzt nicht einfach echten Hubschrauber oder das wäre geil das wäre der Hammer Alter das wäre geil ich bin als Hubschrauber draußen gefliegen naja schade was ist denn jetzt los ich bin bieten sie sucht mich wieder auf wenn ihr Lust auf ein paar erstklassige Angebote was muss mit der Zulung in das ist vielleicht mal Prozent der Standort haben sollen 11 Pätschis sammeln bevor wir in die letzte Welt dürfen Pätschis 1 2 2 3 3 5 5 5 5 6 6 5 ja da haben wir da das rumpelte den Holzer die Mastgruppen sind was ich erhöhe meine Zielsuche für das gesamte Spiel um euch mit 2 Niederlage wird zu tun immer noch an ja und also dann übernommen lieber nach oben mit tausend reden hier hinten irgendwas eigentlich wollte ich ja nur die weltarbeit lust acht und locker die luft müssen noch übler als deiner alten unterhosen Lerner Prozent sie dürfen auf jeden Fall nicht rein aber ich nehme an das wird die nächste Fähigkeit und Apropos Schutz suchen und Unterhosen wir haben keine an so wie immer zu tausend Prozent und seit die Gründer der Vorhinein der nächste Karte Strecke ist genau das worauf die Beobachtung das alles durch die Luft fliegt ein hart wird der eine Schlange endlich ich dachte schon du würdest uns nie etwas nützliches beibringen die Flagsflug zu starten halte einfach nach oben gedrückt und drücke dann die dann kannst du mit aber fliegen unterkommen und damit habt ihr nun alle meine Gratis Tricks vielleicht sehen wir uns in der nächsten Buchwelt Kumpels es hat mich sehr berührt bis bald aus das müssen wir folgen Prozent der von dem ja wie war das jetzt Mit A können wir wieder ein bisschen steigen. Mit A können wir wieder ein bisschen steigen.